Achtung, Achtung, das ist ein Tote-Alarm. 85 neue Sirenen sollen laut KAIS auf ihre Funktionsfähigkeit in den A anliegenden Gemeinden getestet werden. In Adenau, Altenahr, Bad Neuner, Ahrweiler und Sinzig soll um 12 Uhr ein rund 15 Sekunden langer Auf- und abschwellender Ton zu hören sein. Mit der neuen Sirenenanlage sollen auch Sprachdurchsagen ausgesendet werden können und sie soll zudem auch bei Stromausfällen weiter funktionieren. Die Sirenen sind laut KAIS mit Akkus ausgestattet. Der KAIS will in Kürze zudem über die Warntöne, Signale und deren Bedeutung informieren, unter anderem in Form neuer Flyer. Sirenen 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 Untertitelung des ZDF, 2020